Hallo zusammen, hier ist wieder heute der Lounge, ich bin wieder vor, hier in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Angelsäcke. Da hatte ich ja die letzten Male schon ein wenig was geöffnet, mit eher mäßigem Erfolg. Und ich hoffe, das wird sich heute ändern. Ich habe nämlich wieder insgesamt 10 Stück zusammengefarmt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da einmal rein. Und ich hoffe, dass ich vielleicht meinen Hut mal drin habe, dass ich hier mit den Angelsäcken fertig bin. Erste Kiste, nix. Zweite Kiste, auch nix. Dritte Kiste, auch nix. Vierte Kiste, okay, das geht schon wieder in die falsche Richtung, ich sag's euch. Hm, hm. Ja, das ist halt diese laue Drop-Chance, ne? Komm, drei Kisten haben wir noch. No, 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 no. Ja, das war's mal wieder. Einfach alle 10 Kisten, eine Nullnummer, ein paar graue Items habe ich drin. Aber die bringen mir natürlich auch nix. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt mal das Inventar noch raus. Was ich vielleicht verkaufen kann, ist der Würgetang. Den brauchst du um Archäologie, sag ich hier, um Alchemie, so rum. Noch ein bisschen zu skillen, alles andere ist leider, leider, leider wertlos. Aber gut, mal gucken. Ich werde jetzt hier wieder ein paar Dailies machen. Und dann sehen wir uns, wenn ich wieder ein paar Kisten habe. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.